Habt ihr schon mal eine Kathedrale umgesiedelt? Solltet ihr mal ausprobieren, es macht richtig Spaß etwas kaputt zu machen. Damit wir uns den Bauplan und das Baumaterial sparen, haben wir unsere Kirche in der Stadt San Massimo kaputt gemacht und den Locastro nochmal aufgebaut. Den Innenbereich haben wir sogar etwas verschönert. Was meint ihr dazu? Umsiedeln oder gleich was Neues bauen?